Wie sehen Sie Schalke? Hier, wissen Sie, Sie spielen noch hier? Da war ich im Ruf. Ah, wissen Sie, wie es ausgegangen ist? Ja, ich weiß, wie es ausgegangen ist. 1-0 oder 0-1. Kalli ist ein abgefälschter Schuss. Aber Herr Streich, hier hat Schalke schlecht gespielt und 1-0 gewonnen. Nein, Schalke hat nicht schlecht hier gespielt. SC Freiburg hat richtig gut hier gespielt. Also ich kann Ihnen jetzt keine taktische Konter geben, aber Schalke hat hier sehr schlecht gespielt. Nein, wir haben gut gespielt, sehr gut. Und Schalke war nicht so gut wie mir. 60 Minuten waren Löcher zwischen Angriff, Mittelfeld und Verteidigung ohne Ende. Stimmt, weil wir so gut gespielt haben. Gegen Schalke haben wir eins unserer besten Spiele in der Saison gemacht. Und Schalke hier eines der schlechtesten, ganz bestimmt. Eines der weniger guten auf jeden Fall. Aber das hat auch etwas mit uns zu tun gehabt. Aber sehen Sie jetzt in den letzten Spielen ein anderer Schalke, das zwingend 1-0 gewinnt? Ja, meinen Sie, das ist Zufall, dass Schalke die ganze Zeit 1-0 gewinnt? Das ist kein Zufall, Herr Nachbar. Ohne, dass wir darüber streiten, hier war es wirklich Zufall. Nein, das war kein Zufall. Wenn Sie in den letzten Spielen rechnen, die hätten alle reingehen können, dann hätten Sie hier nicht einzeln gewinnt. So ist es. Tschüss. mal Business oversell spider mondo senden. Also imoonn-0-ATOR-R's zum 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 zm 이름. n Untertitelung des ZDF, 2020